Ja, moin moin und danke wieder fürs Einschalten bei mir hier auf dem Kanal, dem BullenmarktTV. Heute schauen wir uns wieder ein spannendes Unternehmen etwas näher an, nämlich die SFC Energy 1 Small Cap und Wasserstoff Play aus Deutschland. Bevor wir aber hier starten, ihr kennt es ja, wir schauen uns einmal den Disclaimer an, nämlich alle Texte sowie Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung ab. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, die in allein der Bildung und der privaten Unterhaltung, eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollen die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwa in Ratstegen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und mit diesem Disclaimer starten wir doch auch direkt in die Historie der SFC. Der Zunehm wurde 2000 gegründet, damals hieß es noch SFC Smart Fuel Cell. Im Jahr 2003 brachte man dann ein erstes Brennstoffzellsystem auf den Markt, welches man im Privatgebrauch nutzen konnte. 2006 begann man dann mit dem Vertrieb seiner sehr beliebten Produktfamilie EFoi. Heute noch ein sehr wichtiges Produkt, welches die SFC vertreibt. 2007 ging man dann an die Börse in Frankfurt, nämlich im Prime Standard. 2008 hatte man dann die EFoi Pro auf den Markt gebracht, also noch seine EFoi-Brennstoffzellfamilie praktisch erweitert und konnte somit auch in die industrielle Anwendungen vorstoßen. 2009 hatte man dann die Markterführung der Produkte Emily & Jenny. Das sind Produkte, welche eben für den Militäreinsatz sehr geeignet sind und expandierte damit auch stark in die USA. Genau, ansonsten hatte man sein Geschäft eben noch auch in der letzten Dekade durch Übernahme von Kooperationen ausgeweitet, zum Beispiel Übernahme von PBF 2011 oder der CIMA Controls 2013 und einer gestarteten Kooperation mit Rittal im Jahre 2012. 2021 launchte man dann auch eine Wasserstoff-Brennstoffzelllösung, nämlich die EFoi Hydrogen Fuel Cell 2.5. Also hier sieht man auch, dass die SFC Energy stetig dran bemüht ist, auch sein Produktportfolio auszuweiten und somit auch neue Produkte auf den Markt zu bringen. 2022 stieg man dann auch in den SDAX auf, also 22 Jahre nach Börsengang ist man praktisch in der DAX-Familie angekommen. Zwar noch im kleinsten SDAX, aber wer weiß dann schon, was die Zukunft noch alles bringt. Und auch zum heutigen Tage, Mitte April, ist man noch im SDAX gelistet. Genau, dann ein kurzer Blick auf den Steckbrief Marktkapitalisierung. Bei einem Kurs von 19 Euro ist man ca. bei 331 Millionen Euro Marktcap, also hier noch ein Small Cap. Allerdings sind wir hier gerade in einer sehr volatilen Börsenwelt und auch sehr, sehr viele Themen, die die Welt gerade beschäftigt von Krieg über Inflation. Deswegen kann es natürlich sein, dass die Marktkapitalisierung beim Ansehen des Videos sich schon wieder stark geändert hat. Der Umsatz im letzten Finanzjahr 2023 ist 118 Millionen Euro gewesen, ist noch gar nicht so lang her, die Veröffentlichung. Aktionärstruktur kann man sagen, Insider, sagen wir mal so, alles rund aus dem Senior Management etc. sind so mit 1,6% beteiligt. Also grundsätzlich auch bemüht, natürlich um einen guten Aktienkurs. Und dann hat man noch zwei andere Großaktionäre, die ich hier einmal kurz erwähnen möchte. Das ist einmal Akatis, das ist auch eine Vorgesellschaft aus Frankfurt, vom Hendrik Leber, der hat das in seinem Fonds auch drin. SFC Energy redet auch sehr häufig über dieses Unternehmen in Podcasts. Also hier hat man dort auch eine sehr hohe Überzeugung, zumindest zum aktuellen Stand. Und ja, ist jetzt kein klassischer Fonds wie ein Index oder so. Deswegen ist es eher so eine Fonds-Boutique, würde ich sagen. Und durch diese Beteiligung an der SFC, in Höhe von 4,6% und einer sehr hohen Gewichtung eigentlich auch im Fonds selber, ist es natürlich auch ein wichtiger langfristiger denkender Investor. Und dann gibt es ja noch eine Venture-Position der Firma Conduit. Der CEO ist der Dr. Peter Potteser und zwar hat er schon seit 2016, hat er in der Wirtschaftsuni Wien studiert gehabt und hat davor auch diverse leitende Positionen bereits inne gehabt bei der SFC Energy. Mitarbeiter gibt es 387 Unternehmen, also noch sehr, sehr schön überschaubar. Und gelistet ist man eben, es sagt, wie bereits erwähnt. Dann kommen wir mal zum Geschäftsmodell. Die SFC Energy ist ein führende Anbieter von Wasserstoff- und Methanolbrennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Rumversorgungslösungen. Erste Frage natürlich, was ist nochmal eine Brennstoffzelle? Eine Brennstoffzelle dient praktisch auch zur Stromerzeugung und in diesem Fall von Wasserstoff- oder Methanolbrennstoffzellen entsteht praktisch durch die Verbindung zwischen Wasserstoff- oder Methanol und Luft, also einfach nur Luft, entsprechend Römen. Also Wasserstoff plus Luft gleich Strom oder Methanol plus Luft gleich Strom. Ist natürlich sehr gut zur Stromerzeugung, dadurch, dass man zum einen Wasserstoff aus erneuerbarem Strom speichern kann, oder also erneuerbaren Strom in Wasserstoff speichern kann und ihn dann später wieder zu Strom erzeugen könnte. Nummer eins. Nummer zwei ist natürlich sehr umweltfreundlich. Zum Beispiel Wasserstoff-Konkurrenzprodukt wäre jetzt ein Dieselgenerator, wo man jetzt Öl zum Beispiel bräuchte oder Diesel. Genau. Man hat hier drei verschiedene Serien. Man vertreibt hier nämlich einmal die Jenny, die Emily und die EFOY. EFOY vor allem hier im Privatsegment, aber auch hier im Industrie-Segment. Und die Jenny und Emily kann man auch sehr schön die Produkte mal eben auch auf der Homepage sich mal kurz angucken. Die Jenny und die Emily sind eben hier vor allem auch im Bereich Militär unterwegs. Heißt, sie sind einfach robuster aufgebaut, sind für Militäreinsätze konzipiert. Also praktisch, wenn man da irgendwo an der Front ist oder in abgelegenen Gebieten, wo man eben auch auf Strom angewiesen ist, kann man eben auch solche Brennstoffzellen wie SFC Energy, sie mit dieser Produktkategorie anbietet, eben auch anbieten. Und es wird mit Sicherheit auch ein weiter steigender Markt sein. Da kann es natürlich auch sein, dass hier irgendwelche Militäranbieter auf diese Produkte im größeren Stil drauf einsteigen. Das wäre natürlich ein sehr großer Erfolg für die SFC. Genau. Brennstoffzellen ist hier noch ein Vorteil, dass sie deutlich leiser sind und auch verschweißärmer als so typische Verbrennungsmotoren. Und dann ist noch ein weiter großer Vorteil. Der Wasserstoff ist eben, wie gesagt, schon diese Speicherung von Strom eben von erneuerbaren Energien, sodass man diese nicht direkt anwenden muss, sondern diese erst im Wasserstoff speichert und dann zum benötigten Moment eben entsprechend durch das Hinzutun von Luft mit dieser Brennstoffzelle dann einfach ja Strom erzeugen kann. Die SFC unterteilt sein Geschäftsmodell in zwei Bereiche. Einmal die Clean Energy und die Clean Power Management. In Summe generiert man mit diesen zwei Bereichen 118 Millionen Euro Umsatz. Der Löwenanteil mit zwei Dritteln geht an die Clean Energy. Das sind praktisch einfach Produkte und Systeme für die stationäre mobile, netzferne Energieversorgung auf Basis von Wasserstoff oder direkt menthol Brennstoffzellen, also praktisch der Vertrieb dieser Brennstoffzellen auf, kurz gesagt. Aber Anwendungsfelder, wo man diese Brennstoffzellen beispielsweise stark nutzen kann, ist eben, wie gesagt, militär, aber auch kritische Infrastruktur, wo man halt einfach als Backup zum Beispiel Strom, Notstromgeneratoren etc. benötigen kann, aber auch Messstationen, muss man sich jetzt vorstellen. Man geht da hier irgendwo auf den Berg hoch und hat dort keinen Strom und tut dann einfach dort etwas von der SFC Energy, eine Brennstoffzelle, mit implementieren und hat somit regelmäßig Strom. Man muss immer nur irgendwann mal Wasserstoff oder eben direkt menthol nachfüllen. Genau, dann gibt es eben noch alles rund um die Bereiche Boote oder Yachten. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dem Meer unterwegs ist oder hier ist eine kleine handliche Brennstoffzelle raus und hat auf einmal Strom, Reisemobile, natürlich eben dasselbe, gerade für Vans oder Chironmobile oder auch das Thema Bordstromversorgung, zum Beispiel in Einsatzfahrzeuge von der Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, dass sie dort halt auch noch einen Backup-Generator haben. Und dann zu guterletzt noch das Thema Smart Traffic und zum Beispiel, wir haben irgendwelche Funktürme oder andere Themengebiete für Smart Traffic, eben auch mit Backup zu versorgen oder zum Beispiel auch Verkehrsschilder zu haben, wo es nicht pauschal draufsteht 100 kmh, sondern wo man dann drauf blinken kann, okay, jetzt ist ein Unfall passiert, jetzt ist ein, man darf nur 70 fahren oder nur 50 fahren und so weiter, je nach Tageszeit kann man hier dann auch einfach sehr, sehr gut mit Strom versorgen, zumal dann nicht viel Strom benötigt wird, aber es wird nun halt einfach mal an diesem Straßenschild dann Strom benötigt. Das hier nur mal als kleinere Anwendungsfelder, wenn man hier nochmal in den Nachbarbereich reingeht, in Clean Power Management, die restlichen Eintrittel des Umsatzes, also 39 Millionen, darunter verstirbt man dann eben analytische Geräte wie zum Beispiel Spezialspulentransformatoren, Powerplattformlösungen, welche dann in der Halbleiterherstellung benötigt werden oder auf Frequenzvariable Antriebssysteme für zum Beispiel Steuerungslösungen, also gerade da geht man dann auch in den Bereich hier Oil & Gas, also irgendwie Pipeline-Messung oder auch Kooperation mit Drittteil und so weiter, haben das dann vor allem hier in diesem Power Management. Die Strategie stellt die SFC Energy auf drei Säulen auf, Säule Nummer 1, Marktdurchdringung und durch internationale Expansion, Säule Nummer 2, Ausbau von Intellectual Property und Technologieführerschaft, Säule Nummer 3, sinnvolles M&A sowie Kooperation. Wenn man jetzt mal näher drauf eingeht, zunächst mal auf die Marktdurchdringung und internationale Expansion, hier habe ich nochmal aufgelistet, wie denn eigentlich der Umsatz zustande kommt. Und zwar ist es so, dass der größte Umsatzanteil regional durch Nordamerika generiert wird, nämlich circa 47 Prozent. In Europa ist es so, dass Deutschland für 8 Prozent des Umsatzes, Amts und Nebens verantwortlich ist die Niederlande für 13 Prozent, also sind wir schon in Summe bei 21 Prozent. Und mit dem Rest von Europa in Höhe von 19 Prozent wäre man dann bei 40 Prozent, also ist hier Nordamerika größer. Asien hier ist noch mit 11 Prozent beteiligt am Umsatz. Auch hier hat man Asien definitiv als Wachstumsregion definiert. Und dann ja, der Rest der Welt eben noch mit 2 Prozent. Wenn man sich mal die Wachstumsgraden anschaut, in Nordamerika ist man im letzten Geschäftsjahr um 43 Prozent gewachsen, in Europa um 21 Prozent und in Asien um 93 Prozent. Gesamtwachstum ist 39 Prozent. Und wenn man sich das Ganze anguckt, wird einem klar, okay, wo spielt in Zukunft die Musik? Definitiv in Nordamerika und in Asien für SFC Energy. Denn man hat hier das größte Umsatzwachstum, teilweise schon mit Nordamerika den größten Umsatzanteil. Dann hat man auch ganz klar gesagt, man baut zu US-Geschäft weiter auf, öffnet einen Standort noch in Salt Lake City. Und auch Asien ist auf dem Vormarsch, da man hier zum Beispiel sehr viel Potenzial in Indien sieht und dort auch extra eine Fertigung aufbaut. Wenn man sich mal noch die Sorte 2 anguckt, sieht man hier, gerade auf dem Bereich Technologie wird sehr viel Wert aufgelegt, denn 20 Prozent der Mitarbeiter, und es waren ja knapp irgendwie 350 Mitarbeiter, also gute 70, 80 Mitarbeiter sind hier im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und arbeiten täglich praktisch an der Intellectual Property. Man pflegt hier aktiv Patente, versucht seine Produkte weiterzuentwickeln und als Zitat kann ich hier eigentlich nur noch mal aus dem Geschäftsbericht hervorheben, Entwicklung von Brennstoffzellensystemen mit höheren Leistungen und längeren Betriebsstunden bei gleichzeitiger Preis, Produktkosten, Reduktion, sowie auf die digitale Anbindung der Lösungen. Also SFC Energy ist definitiv bemüht, seine Brennstoffzellen noch Marktreffer zu bekommen, noch einen größeren Kundennutzen daraus zu generieren, noch bessere Produktmargen zu haben durch die Produktkostenreduzierung und dies ist doch ein sehr guter Plan, wenn man vor allem auch hinter dem Produkt, was man vertreibt, steht und dies stetig weiterentwickelt. Letzte Säule wären eben sinnvolle Übernahmen und Kooperationen. Hier wird jetzt im Bericht nichts Konkretes angedeutet, außer dass ein möglicher M&A in Österreich genannt wird, allerdings kein Unternehmen direkt und man hier auch Kooperationen oder Übernahmen in den Ländern Rumänien, Japan und Singapur sieht. Vor allem hier auch Singapur und Japan natürlich als asiatisches Gateway natürlich auch höchst interessant für das Unternehmen. Was hier noch wichtig ist, ist alle diese drei Säulen brauchen natürlich auch eine gewisse Einkapitalquote, man braucht eine solide Finanzierung und die ist in der aktuellen 72,6% hoch, diese Einkapitalquote und man hat frei verfügbare Zahlungsmittel in Höhe von 59,7 Millionen Euro. Dadurch hat man eine solide Bilanz und kann eigentlich auch trotz aktueller Zinssituation und so weiter positiv in die Zukunft schauen. Noch ein paar Sätze zum Marktumfeld. Grundsätzlich deutet vieles auf ein weiterhin sehr gutes Marktumfeld hin. Dies wird beispielsweise auch durch die Guidance belegt, welches Unternehmen auch wieder bestätigt hat, nämlich das Umsatzziel bis 2028 soll eben bis maximal 500 Millionen Euro schon erreicht werden, aber Minimum mal 400 Euro. Also hier praktisch noch ein ziemlich krasses, absolutes Umsatzwachstum, nämlich in Höhe von 230 bis 320% in dieser Spannweite über die nächsten vier Jahre und dies würde wiederum ein jährliches Wachstum von 27 bis 34% bedeuten. Also hier kann man natürlich dann auf ein sehr stark wachstumtreibendes Unternehmen mal einen Blick riskieren. Die SFC Energy sieht vor allem stärkere Wachstum im Bereich Clean Energy, wo sowieso schon zwei Drittels Umsatzes generiert wird. Ansonsten sehen Sie die internationale Expansion vor allem als Wachstumstreiber und dies vor allem, wie bereits schon gesagt, die Region Nordamerika und Asien, besonders Indien. Ansonsten ist es ja so, dass der Energiebedarf weltweit weiter ansteigt und man möchte natürlich auch umweltfreundliche Lösungen und hier hat man eben einen sehr guten technologischen Vorsprung und befindet sich in einer sehr guten Ausgangssituation. Hier würde ich auch noch ganz gern ein Zitat aus dem aktuellen Geschäftsbericht einfach mal vorlesen. Die SFC verfügt weltweit als eines der ersten Unternehmen über kommerzielle Serienprodukte im Bereich von Direkt-Menthol-Brennstoffzellen für eine Reihe von Absatzmärkten. Die SFC verfügt zudem über kommerzielle Serienprodukte im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen. Also hier sieht man, man hat Serienprodukte, wir sind marktreif als Unternehmen SFC. Dies spricht doch alles dafür, dass man hier trotz dieses sehr kleinen Unternehmenswertes in einer Nische unterwegs ist, welche einfach noch nicht so fortgeschritten ist für den kommerziellen Verbrauch und Kauf an Privatpersonen beispielsweise. Peer Group, ja grundsätzlich natürlich alle Unternehmen gegenüber dem Bereich Wasserstoff- oder Brennstoffzellentechnologie sind in der Peer Group, sind hier vor allem namentlich, werden vielleicht die einen oder anderen einmal Plug Power kennen oder die Ballot Systems. Beides Unternehmen, welche allerdings noch keine schwarzen Zahlen schreiben und hier ist SFC Energy halt ein Unterschied, denn SFC Energy generiert Gewinn. Wenn man das sich auch mal anguckt im Detail, was das bedeutet hier auf dem Bezogen von Aktienkurs, sieht man hier die SFC Energy in Blau, hat Plug Power und Ballad Systems am Ende über 10 Jahre definitiv outperformed. Man hat hier als einziges eine positive Rendite in Höhe von über 300%. Man hat zwar hier in diesem Corona-Boom, wo All Stocks go up war, hat man natürlich hier Quedern gelassen, verglichen zu der Plug Power oder Ballad Systems, aber dafür ist man dadurch, dass man schwarze Zahlen schreibt, auch nicht so abgestürzt wie die anderen beiden Wettbewerber. Es sind natürlich nicht immer gleich Direktwettbewerber, manche sind ja vielleicht auch eher auf Bereich Industrie oder manches Erdbewerb auf dem Bereich Fahrzeuge und so weiter, aber grundsätzlich alles im Bereich Brennstoffzentechnologie. Ich habe hier noch einen weiteren nicht direkten Wettbewerber, aber ein Unternehmen auch aus der Energieerzeugung, auch ein Smaller Cap aus Deutschland mitgebracht, nämlich die 2G Energy. Sie machen hier zwar keinen Wasserstoff, aber sie machen Blockkraftwerke, also auch Energieerzeugung, Notstrom und so weiter. Kein, wie gesagt, kein direkter Wettbewerber, aber ich wollte einfach mal zeigen, auch noch als Alternative, die man sich hier im Smaller Cap Bereich, im Bereich Energie ansehen kann, die SFC Energy oder auch hier die 2G Energy. Und hier sieht man auch, dass die SFC auch outperformt hat gegenüber der 2G Energy, aber auch mit der 2G Energy hat man in den letzten 10 Jahren, ich würde sagen, eine sehr, sehr schöne Rendite gemacht. Hier sieht man auch sehr schön, mit beiden Unternehmen ist man lange Zeit, ja, einfach nur, ich sage mal, Nullsummenspiel gemacht und dann auf einmal ging, also beim ersten Unternehmen die Post ab und dann auch beim zweiten Unternehmen. Genau, dann schauen wir uns mal einmal noch mal kurz die Zahlenwelt an, die Market Cap hier in Millionen Euro, aktuelle Geschäftsjahr Ende 2023 waren wir bei 339 Euro. Jetzt sehen wir immer noch um diesen Dreh, eben hat sich nicht viel getan, Umsatz hier vor allem die letzten drei Jahre, sehr, sehr starkes Umsatzwachstum, wenn man es natürlich seit 2014 anguckt, sieht man, dass man hier viele Jahre gebraucht hat, um dann auch wirklich diesen Umsatzschub, also die PS auf die Straße zu bekommen, hat man dann in den letzten drei Jahren geschafft und hat ja hier auch wirklich einen riesigen Tagenausblick mit bis zu 400, 500 Millionen Euro Umsatz in 2028. Man hat auch hier lange Zeit Verluste geschrieben, hat hier jetzt im letzten Jahr auch das erste Mal Earnings Per Shares, welche wirklich namhaft positiv sind, eben generiert, da gehe ich aber gleich nochmal kurz aufs Detail drauf ein. Und man sieht hier auch sehr schön, dass man hier auch regelmäßig eben über das Wachstum hinweg Aktien weiter ausgegeben hat, um so halt auch an finanzielle Mittel zu kommen. Die Marge hat sich hier in den letzten Jahren auch erhöht und hier ist die Bruttomarsche aktuell, wie gesagt, auch bei 38,4%. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch kurz einmal auf die Earnings Per Shares oder ja, von diesem Jahr eingehen, dafür zoome ich hier auch einfach nochmal kurz ein in die Präsentation. Man sieht hier, hier von letztem Jahr zu diesem Jahr ist natürlich das EBIT schon schön angestiegen. Die Earnings Per Shares in Texas waren hier bei 9, ja 9 Millionen Euro im Vergleich zu 3,6. Letztes Jahr ist es schon ein schöner Anstieg gewesen. Man hat hier natürlich dann auch Zinsen bekommen, man hat Zinsen gezahlt, okay. Da hat man ein Ergebnis vor Steuern gehabt und dann, sorry, Erträge bekommen, Aufwendungen nochmal gehabt, da hat man ein Ergebnis vor Steuern gehabt und dann kommt man zu dem Thema Steuern, also EPT, Before Taxes und dann hat man eben dieses Jahr eine Steuerrückerstattung bekommen. Man hatte latente Steuern, hat alles zusammengehend, mehr oder weniger kurz abgerissen, auch mit Aktienausgaben aus den letzten Jahren zusammen, hat hier jetzt eben eine Steuerrückerstattung bekommen und hat dadurch eben nicht Steuern gezahlt auf diese 9 Millionen, weil sonst wird hier wahrscheinlich dann irgendwie Konzernergebnis 5 Millionen oder so stehen, sondern hat eben Steuern zurückbekommen und war somit auf 21 Millionen. Deswegen nicht von diesen Earnings Per Shares von 1,20 Euro lenden lassen, denn wenn man hier auf die 9,3 Millionen eben irgendwie Steuern gezahlt hätte, ich weiß jetzt gar nicht, wie man da rausgekommen wäre, aber gehen wir mal von 5 Millionen oder so aus, dann wären wir ja hier gerade noch bei 25% und somit irgendwo bei 30 Cent vielleicht pro Aktie. Nur meine eigene Meinung, ohne da jetzt super detailliert den Geschäftsbericht bis ins letzte Detail gelesen zu haben, aber hier wollte ich einfach nur sagen, bitte nicht blenden lassen. Ansonsten schauen wir doch einfach mal kurz in den Aktienfinder mal wieder rein, um ja zu gucken, was denn der Bruder Thorsten hier auf seiner Seite noch so zu SFC sagt, dafür ziehe ich es einmal kurz rüber. Genau, hier, wie gesagt, SFC Energy. Einmal kurz in den Qualitätscheck reingehen. Einmal kurz aktualisieren, jetzt doberweise gerade ein bisschen reingezoomt. Jupp, es lädt. Qualitätscheck. Hier sieht man ganz schön, ne? Machen wir einen beeindruckenden Gewinn mal raus. Cashflow raus. Hier sind wir bei 1,18 Euro, 1,19 Euro. Beeinigte Gewinn hier bei 82 Cent. Also vielleicht ist es auch schon um die Steuern bereinigt, weiß ich jetzt nicht. Aber nächstes Jahr geht man von 50 Cent aus, deswegen auch hier, wenn man jetzt hier mal bei einem Drittel von ausgehen würde, wenn man vielleicht bei 30 Cent ist ja 50 Cent. Also hier bitte nicht blenden lassen. Aber dafür in den nächsten Jahren erreicht man es dann auch organisch auf bis zu 1,50 zumindest, wenn man den Analysten Glauben schenkt. Auch hier der Umsatz ist zwar nicht 26, schon mal 260 Millionen. Dann hat man ja noch danach zwei Jahre, um noch auf die 400 bis 500 Millionen zu kommen. Hier sieht man auch nochmal sehr schön, dass man hier Geld über Aktienausgaben eben sich besorgt hat. Somit dann auch weniger Kredite aufnehmen musste. Natürlich wurden dann Standsaktionäre verwässert. Hier sieht man aber dafür auch nochmal die schöne Schuldenquote. Heißt man hat hier irgendwie Schulden von zinsfreie Schulden und verzinste Schulden irgendwie von 50 Millionen. Und er hat dafür Cash von 60 Millionen und ein Kernvermögen, also Anlagenvermögen davon von 110 Millionen. Also hier wirklich eine sehr gute Situation. Dann gehen wir noch kurz auf den fernen Wert drauf ein. Hier allerdings mal nur die Lite-Variante heute. Dann nehme ich einfach mal den Prognose-Korridor raus. Einfach nur die Bewertungslinien. Wir gehen mal hier von dem KGV, ja durchschnittlich klar durch die ganzen Minusjahre, einfach mal von einem 15er KGV aus, was ich gern hätte. Dann wäre ich definitiv aktuell nicht unterbewertet. Würde aber auf eine lange Sicht höchstwahrscheinlich trotzdem eine schöne Rendite machen, dadurch, dass die Earnings-Per-Shares einfach überdurchschnittlich dann steigen werden und man dann über die nächsten Jahre sehr stark da reinwachsen wird. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass das Unternehmen dann eher vielleicht mal irgendwann auch wieder mit einem 25er KGV über die Zeit bewertet wird. Genau. Deswegen muss man sich einfach bewusst sein, dass man dieses Wachstum, sondern eben natürlich auch die Gewinne vor allem in die Zukunft rein projiziert. Genau. Segmente. Wie gesagt, hier hauptsächlich jetzt Clean Power Management. Hier sieht man ein Drittel, zwei Drittel nochmal sehr schön. Und Regionen sieht man auch sehr toll, dass hier Nordamerika eben die größte Region ist. Dann hier Deutschland mit Europa zusammen, die zweitgrößte. Und dann Asien, die drittgrößte. Genau. Diesmal soweit zum Aktienfinder. Wer dort angemeldet ist, kann sich das noch im Detail angucken. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu meiner bescheidenen Meinung. Ich denke, die SFC Energy ist definitiv ein spannendes Unternehmen. Und natürlich Wasserstoffbereich ist eine spannende Branche. Hier ist man dann vor allem auch sowohl im Militärindustrie als auch im Privatbereich tätig. Also bildet hier eine sehr, sehr große Palette ab. Man zeigt hier Profitabilität. Das heißt, gerade im Vergleich zu Wettbewerbern hat man hier wirklich ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Und natürlich, wenn ein Unternehmen profitabel ist und dann noch wächst, lassen sich natürlich am besten Werte für Aktionäre schaffen. Nichtsdestotrotz haben wir mit der SFC Energy aus dem Index des S-DAXes natürlich ein Small Cap auch mit uns. Man ist ja irgendwo im Bereich 300 bis 400 Millionen Euro Market Cap. Die Aktie wird aktuell nicht so sehr beachtet, wo sie sich fundamental gut entwickelt und gute Perspektiven hat. Das Narrativ grüne Aktien wird aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich irgendwann auch wieder ein Comeback bekommen. Und dann wird auch die SFC Energy bestimmt wieder mit einer höheren Bewertung auch gehandelt. Und ja genau, die Expansionspläne sind auf jeden Fall in line. Das Unternehmen hat man auch wieder bestätigt und man sieht hier wirklich auch in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum auf das Unternehmen zukommen. Deswegen lasst mir gerne einen Kommentar da. Ob ihr dieses Unternehmen gekannt habt, die SFC Energy, seid ihr hier vielleicht investiert? Lasst es mich gerne wissen in Form von einem Kommentar. Über Abos freue ich mich natürlich riesig. Jetzt machen wir endlich diese 500 Abos voll. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Video einschaltet. in der Zwischenzeit an alle Neuabonnenten. Schaut doch gerne auch mal ältere Videos an. Ich denke, dort ist auch das ein oder andere interessante Unternehmen vorhanden. Und ja, in der aktuellen Zeit wünsche ich euch natürlich nur das Beste. Natürlich gerade wieder eine Informationsflut an Nachrichten. Aber nichtsdestotrotz lieber positiv bleiben. Und dann wünsche ich euch eine gute Rendite. Und dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.